Mein Video soll zu keinen bleibenden Schäden führen, also wenn Sie jetzt schon keine Lust mehr haben, abonnieren Sie. Der erste Fakt über mich ist nämlich, ich heiße Philipp, ich bin 14 Jahre alt. Ich habe jemanden auf Facebook gefragt, ob er ein paar Fakten über mich weiß. Seine Antworten waren nervig, arrogant, blöd, nicht lustig, doof, alles im Gegenteil. Der vierte Fakt ist, ich mache von keinem Videos noch. Viele von euch werden es mir jetzt nicht glauben, aber ich war schon mit 9 Jahren auf YouTube. Viele Videos davon waren Tutorials oder sogar Real-Life-Videos, die ich aber unter keinesfalls irgendwo einblenden werde. Ich habe blaue Augen. Meine Lieblings-TV-Sendung früher war Spongebob. Viele von euch waren es sicher auch. So, jetzt habe ich eigentlich gerade keine Lieblings-TV-Sendung, da ich fast überhaupt kein Fernsehen mehr gucke. Ich wollte mal von euch wissen, was guckt ihr mehr, YouTube oder Fernsehen? Weil YouTube hat sich ja in letzter Zeit so durchgesetzt. Ja, was guckt ihr jetzt eigentlich mehr, YouTube oder Fernsehen? Ja, viele von euch nennen mich Riese. Riese. Ich bin 1,83 knapp, 1,84. Und einige nennen mich wirklich Riese. Ich besitze ein Handy, wie ihr schon wisst. Meine Telefonnummer ist 6. Boah, da hat gerade wohl der Ton gesponnen. Jetzt habe ich keine Lust, die nochmal durchzusagen, aber kommen wir auch gleich schon mal zum nächsten Fakt. Früher, wo ich klein war, da hatte ich so eine Stoff-Tier-Sammlung. Ja, die war übelst groß zum Schluss, weil es gibt ja diese Greifautomaten, wo man einfach nur einen Euro reinsteckt und den Versuch hat, irgendwo was rauszuholen. Daraus hatte ich richtig viele bekommen. Ich hatte denn so eine übelst riesen Kiste mit nur Plüschtieren. Achterbahn. Ja, Achterbahn. Ich mag Achterbahn. Über alles. Achterbahn macht übel Spaß. Geht es euch auch so? Mögt ihr Achterbahn oder habt ihr... Schreibt es mal in die Kommentare. Wie zum Thema vorher nochmal. Ich klaue keine Videoideen. Das ist jetzt auch der letzte Fakt. Ich klaue keine Videoideen, wie vorher schon gesagt. Diese Idee ist aber von Mr.Bloggy5. Dafür ein herzlichen Dankeschön für diese Idee. Und er hat sie davor schon auf seinen Kanal gemacht. Einige YouTuber, die Lust hatten, sollten es auch mal 20-Fakt in Übersicht machen. Und ich habe mir dann einfach gesagt, ja, mache ich mir wieder einen vollklick, paar Krexen. Ja, das ist doch nicht der Grund. Ja, Mr.Bloggy5, ihr könnt mal bei jedem abschicken. Er steht bei mir in der Beschreibung. Oder wenn ihr am Ende des Videos einfach mal hier unten dann so draufklickt, kommt ihr dann zu Mr.Bloggy5. Das war es schon wieder mit dem Video von NewTimesTube. Ich hoffe, es hat euch diese Woche gefallen. Und wenn ihr abonnieren wollt, dann klickt einfach unten auf den Button. Wenn ihr zu Mr.Bloggy5-Video kommen wollt, einfach unten rechts. Und wir sehen uns nächste Woche bei einem neuen Video. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020